Und hurra, hurra, ich bin bereits ein Superstar. Auch wenn es kaum noch jemand weiß, bekomme ich heute den ersten Preis für Ausdauer, Geduld und Fleiß. Und für meinen Glauben und für mein Vertrauen und für meine Liebe und für das Vertreiben der Diebe, die uns Menschen so gern besetzen und verletzen. Jedoch, ich habe sie bezwungen und niedergeschrieben und niedergesungen und mit der Kraft meiner Lungen atme ich die Letzten aus mir raus. Und dann freue ich mich über Applaus. Bis zum nächsten Mal.